So, ich bin hier gerade am Schneiden von meinem allerersten Vlog. Ich mache gerade die Anmoderation, weil ich vergessen habe, die irgendwie aufzunehmen. Ich bin hier gerade am Schneiden. Und das wird noch eine ganze Menge Arbeit, aber ich würde sagen, ich labere nicht zu viel. Ich habe auf jeden Fall einiges erlebt und ich nehme euch jetzt auf diese kleine Explosion von meiner Woche mit. Und dann viel Spaß. So, da sind wir auch schon an unserem Ziel angekommen. Ihr seht ja draußen, ist wunderbares Wetter. Ich denke, ihr habt genug Szenen gesehen. Und wir gehen jetzt zu einem ominösen Laden. Und da gucken wir einfach mal, was wir uns da holen. So, da sind wir auch schon am Freitag angekommen. Für mich ist das jetzt Freitag, für euch müsste das Sonntag sein. Es ist so ein kleiner Zeitsprung. Wie gesagt, das soll ja immer so ein Wochenrückblick sein. Und ich bin gerade überplant, was ich jetzt machen soll. Weil ich habe ein Problem. Da ist gutes Wetter. Und hinter mir, das seht ihr wahrscheinlich, da sind mega dunkle Wolken. Und das ist das Problem. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen nehme ich euch einfach jetzt auf meinen Freitagabend mit. Und gucken, was wir noch so Schönes machen. So, so schnell kann es gehen. Schon sind wir auf den Straßen von der City. Und ich dachte mir einfach, komm, gehst du jetzt noch was zu essen holen. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit. Und dann sind wir gleich in einem Laden, der schon in diesem Video vorkam. Also man könnte schon denken, ich habe zum Product Placement mit Rewe. Aber das ist nicht ganz so. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Einkauf. Ich kann euch einfach mal zeigen, was, was, also eigentlich mit 2 Euro Budget ist jetzt nicht so viel drin. Aber ich habe was Cooles gekauft. Und zwar hat Müllermilch wieder so eine Aktion mit so Geschmackssorten, die keiner kennt. Ich dachte mir einfach, kaufst du jetzt das einfach? Ich habe das schon mal aufgenommen. Und wir hatten dann die Kamera umgespuckt. Deswegen, das ist jetzt diese lila Nason. Ihr könnt auch gerne das mitmachen. Und falls ihr das zu Hause habt, habe ich noch einen leckeren Donut. Und ja, das ist eigentlich nicht so interessant. Ich will einfach nur wissen, was hier drin ist. So, wir haben, ich habe das jetzt aufgemacht. Und ich hätte jetzt anhand der Verpackung einfach gedacht, dass das irgendwie so Frucht ist oder so. Aber ich denke, ja, das könnte man sehen, ist jetzt dunkel. Aber das stinkt irgendwie nach irgendeiner Schokoladentorte. Alter, ich mag das überhaupt nicht. Das ist Schokoladenkuchen. Das ist dieses eklige so Kirschwälder-Torte irgendwie. So schmeckt das. Dunauwälder, irgendwie sowas. Kirsche, Schokolade, so ist die Mischung. Schmeckt nicht schlecht, aber die Packung, die sieht einfach ganz anders aus als das, was drin ist. Auf jeden Fall, das war jetzt hier diese kleine Rundfunk. Ich denke, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Now my circle is getting smaller. All these people acting fake, man. And to be honest, I don't even have a top ten. Me against the world. I've been doing what I really love. Haters been hiding behind the screen. Man, they movie cuts. And when I'm back at home, it never feels the same. Cause we've been doing our own thing. Trying to stay up. I wanna go back to days with no brains. Ja, ich sitze jetzt hier an einem wunderschönen Brunnen hier. Und eigentlich, das Wetter ist ziemlich geil. Es ist ziemlich sonnig. Ich denke, ihr habt das in so ein paar Ausschnitten gesehen. Aber es ist mega windig und das ist eigentlich richtig schlecht fürs Longboardfahren. Deswegen dachte ich mir so, ja komm, ein paar 10 nimmst du noch auf. Aber im Groben und Ganzen war es das. So ein kleiner Wochenrückblick. Aber die Kamera, die habe ich ja erst seit Mittwoch. Das heißt, ab nächster Woche wird das Video wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe es euch versucht, so ein bisschen in meine Woche wieder zu bringen. Und ich habe auch richtig coole, viele Sachen. Ich habe richtig viele coole Sachen vorbereitet. Ich habe auf dem Ende extra so eine kleine Datei vorbereitet für Sachen, die ich noch aufnehmen will. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ich habe einfach vergessen, die Abmoderation weiterzumachen. Ich habe irgendwie begonnen, habe dann plötzlich aufgehört. Warum auch immer. Auf jeden Fall, lasst doch ein Like da. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Vlog. Ich denke, ab nächster Woche werden die Videos ein bisschen länger gehen. Ich bin jetzt ungefähr bei 4 Minuten, 4 Minuten 30. Ihr könnt auch auf dem Klab vorbeischauen. Da gibt es drei Gaming-Videos pro Woche. Und da könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Das unterstützt mich immer sehr. Und ich habe echt wirklich Spaß gefunden bei dieser Vlog-Sache. Das macht echt Spaß. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.